Der Schatten! Ich hab mich grad irgendwie erschreckt und hab Angst weiter zu gehen. Guckt euch das an, der Schatten da oben! Ähm, obwohl ich das schon kannte, hab ich grad wirklich ein bisschen Angst gehabt, ne? Okay, neue Nachricht von Prüde. Ähm, ich weiß, dass es kaltherzig ist, es so zu tun, es so zu tun, aber du willst mir ja nie zuhören. Es tut mir leid, aber es ist aus. Ich kann das nicht, wenn du mich nicht an dich ranlässt, Steve. Du bist so ein Arsch, Steve! Oh, du, oh, nee. Kleiner Penner, ey. Kleiner Penner. Hier war ja nicht irgendwas. Nee? Okay. Oh, das Schatten, ne? Ich glaub, das Schatten will mich voll auf verarschen. Das geht mal gar nicht. Und hier rein? Woom, irgendwas. Ja. Okay, die Schule. Ich mag die gar nicht. Ich hab nämlich grad Wochenende. Aber trotzdem, ähm, find ich nicht gut, dass wir in der Schule sind. Projektor. Ähm. Die natürliche Welt? Oder die natural world? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Mosquitoes are a type of life whose female zack... Blut. Aha. Blut. Ich weiß nicht, ob es schmeckt. Ich will hier eigentlich gar nicht lang. Ich will zurück. Ich will erstmal einen anderen Weg gehen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Aber hier ist nichts mehr, oder? Ist mir egal. Ich will eh raus. Raus. Harry, lauf. Lauf, lauf, lauf. Auflauf. Die Schule ist ganz schön schäbig. Kann das sein? Genau wie meine Schule. Ha, ha, ha. Nein, stimmt. Aber echt. Die ist voll scheiße. Wichtig ist, dass man nichts aufhört zu fragen. Hey, ey, ey. Nervvoll. Ganz viele Preise. Oh mein Gott, da ist gerade irgendwas aufgefallen. Oh ja, okay. Egal. Was willst du denn? Das hat mir eben schon... Okay, gehen wir hier raus. Ähm. Okay, wir sind drauf. Hat uns also nichts gebracht. Ähm. Okay. Da ist eine Statue von einem Mann, der irgendwie voll behindert guckt. John Ritham? School Founder. Interessant. Ja, Harry, lauf bitte. Ähm. Was ist das denn? Theater. Mathe. Mathe. Warte. Ah, ich weiß. Literatur. Irgendwie sowas von den beiden. Dann, ähm, Theater und Mathe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch hatte, aber... Irgendwas davon ist Literatur. Hat mehr Literatur? Ich weiß nicht mehr. Also das, was ich ange... Nicht angekreuzt. Was ich angegeben habe bei meinem Stundenplan. Hallo, Essen. Okay. Abschlussball. Ich muss wieder lesen. Oh Gott. Liebste Caitlin, die letzten Wochen waren unglaublich... Ach so. Waren unglaublich. Aber es wäre die Krönung, wenn du mit mir zum Abschlussball gehen würdest. Sag ja und ich werbe auf Wolke 7. Mike. Oh, wie süß. Komm schon, mach das. Oh, ich finde das süß. Okay. Schnee, ich hasse dich. Wir haben hier doch eine Karte, ne? Ja. Und... Es zeigt gleich, wo wir lang müssen. Nein! Geh da zurück! Nein! Ah, du Arsch! Wir müssen da lang. Okay. Dann lauf mal schön, Harry. Lauf da rein. In das Gebäude, wenn ich die Tür finde. Ach, da ist die Tür. Die hat sich versteckt. Böse Tür. Chemie? Stand da im Chemie? Ich will kein Chemie haben. Hallo? Jemand da? Ach, da. Hallo, tschüss. Tschüss, tschüss. Oh Gott. Diese Schatten sind so behindert. Ey, ist das nicht von dieses, ähm... Äh, diese Tabelle da mit den ganzen Scheißsachen. Genau. Und... Ich hoffe, das war Kaffee. Kaffee! Oder Kakao. Ähm... Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich sehr tollpattig bin. Ich sage es nicht warum, aber es ist... Ähm, einfach nur peinlich. Peinlich ist es, ja. Warte, kann mir nicht noch irgendwie was zum... Wartet, wartet. Oh, diese Schatten sind so behindert. So doof. Ne, okay, das war's, glaube ich. Dann will ich hier raus. Was bist du? Warten ist Blut. Oh mein Gott. Was haben die... Ach, das sind sie ja, ne? Yay. Ich schneide das ganz langsam auf. Hm. Hm. Ein prüdes Juwel. Nimm mit. Prüt. Ja. Hm. Okay. Ähm, ist hier noch irgendwo was? Den Körper. Oh Gott, ich will hier einfach nur raus. Bitte lasst mich raus. Wie lange nehme ich denn schon auf? Oh, okay. Ich kann mal wieder aufhören. Dann habe ich zwei Folgen, glaube ich. Vielleicht. Ich bin draußen. Wo bin ich? Warum? Aber ich will nicht raus. Ich will hier nicht raus. Nein. Nein. Ich will hier zurück. Und den anderen Weg gehen. Ne, Harry, das willst du auch. Und was ich alles labere. Voll die Scheiße. So. Egal. Und, und, und. Wir gehen jetzt hin. Lauf, Harry. Dann gehen wir hier oben lang, ne? Danke. Okay. Ähm. Ähm. Die Treppe nach oben. Was erwartet uns da? Ähm. Nicht für andere Seite gehen. Ähm. Ja. Was ist hier? Nichts. Muss wieder husten. Nein. Und man so nen Scheißdreck aber auch. Okay. Ähm. Das ist glaube ich der Kunstraum. Mit. Es sieht aus wie Harry. Findet ihr nicht auch? Also das nicht. Das ist irgendwie gruselig. Und das hier? Das sieht zu gut aus für Harry. Das ist nicht Harry. Wie. Ja. Was kann man hier noch so machen? Hat das da nicht eben geblinkt? Oh mein Gott. Ähm. Ein Bild. Ach genau. Also. Das muss hier rum. Dann kommt das durch da hin. Das muss aufstehen. Und das auch. Hallo. Mal kurz gucken. Und wo ist das andere Vieh? So. Das muss da ganz. So rauf. Und das muss dann auch ganz nah ran. Also 8, 4, 6. Also 8, 4, 6. 6. Was ist das für eine Zahl? Ist das eine 7? Hm. Okay. Wo ist hier? War hier nicht irgendwo eine Tür dann? Ja. Wo komme ich da her? Hier? Ich bin irgendwo was? 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 Ja, wo ist das zum Aufschließen? Hä? Bin ich jetzt in die Fall verwirrt? Wo war denn das? Irgendwo konnte man hier doch... Nee, hier nicht. Ähm. Irgendwo in diesem Raum war das. Konnte man irgendwo was aufmachen? Man... Ich bin grad voll verwirrt. Soll das so sein? Sie ist irgendwo anders auf. Okay. Hä? Ich bin verwirrt. Hilfe. Hab ich alles richtig gemacht? Das muss ja irgendwie so sein. Oder? Ja. Aber... Manu! Ähm. Gehe ich erstmal woanders lang. Oh Gott. Ich könnte ja echt durchdrehen, ne? Mit Stupfen und so. Oh Gott. Ich hoffe, es hält sich nicht allzu schlimm an. Äh. An. Oh Gott. Mit den Halsschmerzen kann ich nicht reden. Egal. Nö. Ja, also... Muss ich doch da hin. Aber... Ich glaube, ich bin voll blind. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht. Aber ich glaube, wir finden das gleich schon irgendwie. Hoffentlich. Ja. Okay. Alles angucken. Hier ist nichts. Hier ist nur das Bild. Ach, jetzt verstehe ich das auch. Ich muss da anrufen. Weil da um uns die Vorwahl war. 5, 5, 5, 8, 4, 6, 7. Ne, gibt's nicht. Wir müssen mal 1 zurück. Was ist das für eine Zahl? Ist das nicht eine 1? Oder bin ich jetzt total... Ja, es ist falsch. Ähm. Aber 8, 4. 8, 4 ist richtig. Was ist das denn für eine Zahl? 5, 5, 5. 8, 4, 6. Ich würde sagen 7. Warum geht das nicht? Hey. Was ist das dann? Ist das vielleicht eine 2? Ich probiere jetzt einfach alles aus. Nein. Das ist nicht. Hä? Aber ich bin... Ich bin... verwirrt. 5. Schatten. Ah, okay. Danke. Du bist sehr freundlich zu mir. Hä? Wie dumm ich bin, ne? Ich brauche jetzt nur verlangen, um das zu checken. Okay. Oh Gott, nein. Hier ist wieder was. War da irgendwie eben was? Harry, du machst mir voll Angst. Ja, lauf ruhig weg. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie habe ich Angst. Es ist morgens. Es ist, ähm... Viertel nach elf. Keiner ist zu Hause, außer ich. Und, ähm... Ich habe keinen Plan, warum ich gerade Angst habe. Weil ich das ja auch schon kenne. Aber okay. Spiel. Dahlia, neue Nachricht. Ähm... Gefällt dir mein neuer Look? Kostalia. Ja, sieht cool aus. Finde ich cool. Okay, was geht hier gerade so ab? Okay, was war die von mir? Neue Sprachenerricht. Abschlussball. Okay. Oh. Oh. Ich freue mich auch schon, wenn ich Abschluss habe. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Also, ich speichere noch schnell, ne? Weil, oh Gott. Ich glaube, ich muss mal langsam hier wieder was trinken und so. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, ich mache es nicht auf. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.